Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Mr. und Mrs. Freizeitfreaks zu einem neuen Fußball-Flog. Heute waren wir im Wedau-Stadion. Dort hat der Meidricher Spielverein gegen Preußen aus Münster mit 2 zu 0 gewonnen. Die Torschützen waren Tim Albutath und Moritz Stoppelkamp. Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit vor über 15.500 Zuschauern. Im Anschluss seht ihr ein paar Impressionen mit beiden Toren, Stimmungen aus dem Stadion und ich sag einfach mal Daumen hoch und unseren Kanal abonnieren. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren einen Gruß hinterlassen, beim nächsten DFB-Pokalspiel gegen Gräuter führt. In diesem Video werde ich dann den einen oder anderen Gruß aufbringen und hier im Video platzieren. Nun viel Spaß mit den folgenden Szenen. Geiler Sieg heute 2 zu 0 gegen Preußen Münster. Nur der MSV. letzte Mal. Drücke. ümüzde Katkin-F続oki Produzent der MSV. emoc conclusion premier fon Zhen Hans-Palac Wir sind still, was ein Traum, unser Klub wählt es auf, und wir stehen für uns immer in dir. Wir sind still, was ein Traum, unser Klub wählt es auf, und wir stehen für uns immer in dir. Wenn wir zwischen Rhein und Ruhr, da gibt es eine Ruhr, denn wer so unser Klub wählt es auf, und wir stehen für uns immer in dir. Oh, hey, 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 oh, hey Let's go! F.F.S.O. Meine Wiese ist los! 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 Ich soconducte! F.F.S.O. Applaus Das ist der M.S.A.U.! Für den M.S.A.U. für den M.S.A.U.! Torschütze auf Nummer 14! Tim! Neuer Spielstand in der Schrauzernreißen Arena! Düsseldorf! Münster! Danke! Wir werden S división K helfe. Bei dem M.S.A.U. Wie spare devices? Herrmusik丸! T.I. 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 Fire in Fire's Post! T.I. 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 70. Stil-Minute! T.I. 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 substantially T.I. T.I. sure T.I. 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 Applaus 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 Applaus